Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu GTA 5 und äh, ich würd sagen wir machen mal ruhig weiter hier mit ihm, seine Mission die ich dann nur gerade zuletzt bekommen hab und fahren da direkt weiter hin wieder rumgeheizerte Stadt hier Ups ich bin mit dem telefon woops ich laufe immer da wo wir hier immer noch rum GTA 3 style hm 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 Ich kann mal wieder ein neues Auto gebrauchen, ne? Der bietet sich doch an hier. Der ist aber offen. Der geht aber ab hier. Oh yeah. Ich habe es genau das Richtige geschnappt. Der macht richtig Musik hier. Na, das war nicht der Richtige, oder? Etwa doch. Da haben wir so ein paar Problemchen am Hals hier. Ich muss ja gleich mehrere rumlegen hier. Okay. 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 I see the purpose. Ich habe da mal ein bisschen abgekürzt. Das ist ja auf seinem Böckchen unterwegs. Und da läuft die Zeit ab. Okay. Someone help! That guy just stole my C-sharp! Mhm. Das ist ein Appetit! Ja, fast bis zum Auto wieder zurück, ja. So, noch wen? Okay. Oh, komm schon, fahr doch. Er läuft die Zeit davon hier. Wir haben mal richtig Action hier. Oh, yeah. Oh, shit. Oh, ja, 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 ja. Okay, muss ich aber rein, nehme ich jetzt mal an. Nee, irgendwie nicht. Okay. So sollen wir es dann machen? Parkhaus reinfahren, oder? Probieren wir uns mal mit der Hintertür. Vielleicht klappt das ja. Nee, irgendwie nicht. Hm. Oh, verdammt! Nein! Hier geht's nachts vor rein, no? Jesus! Schau! So! Er rot wohl. Muss man wagen, muss man wagen, muss man wagen. Ach ja, in der Gasse. Und dann noch einen, oder wie? Junge, Junge, Junge. Ja, ob wir das noch schaffen, rechtzeitig. Ja, wir probieren's. Könnte knapp werden. Könnte richtig knapp werden, ne? Ich fahr' ja schon wie die Besenke, so auch. Wie immer eigentlich. Was? Junge, Junge, Junge. Ist ja auf dem Motorrad, oder? Okay, komm her Oh nein Shit, das gibt's doch gar nicht Aber cooler Wagen, ne? Ja und wie ist das jetzt? Jetzt sage ich erneut versuchen, mach ich das alles nochmal von vorne bestimmt Ei, 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 ei Komm her, auf geht's Ne, nicht ganz Okay Probieren wir mal Das hat sich nicht mehr gesehen ganz so eng, ne? Aber immer noch ordentlich straff gezogen, die Zeit. Oh, shit. Das gibt's doch nicht. Komm, mach Gas jetzt hier. Okay, das will do it. Hey, L, it's Dern, homie. All of them. Very good. I'll be in touch. Nenner Abschuss. Ja, der fehlt halt wohl. Aber wir haben ein Motorrad. Das ist auch cool. Ja, kann man ja auch mal machen. Das ist ein Motorradfahren. Und da kann man ja mal abspeichern fahren. Das ist doch mal eine Maßnahme. So ganz old school. Oh, jetzt setzt sich sogar noch einen Helm auf. Ja. Noch ein bisschen Motorradfahren und speichern und dann reicht das auch für diese Folge eigentlich. Das finde ich auch ganz funny in der Eco-Perspektive, ne? Kann man ja nicht auf so einem Hochstarter machen. Ja. Die Features haben wir ein bisschen ausnutzen, ja. Oh, ja. Au. Au. Au, shit. Hat er ein bisschen was von Road Rush? Muss mein Motorrad hin. Die Kiste ist komplett weg, oder was? Äh. Ja. Wo ist das Teil hingeflogen? Das gibt's doch gar nicht. Völlig zerlegt hier. Hm. Da hat's das Teil wohl irgendwie mal abgeschossen, ne? Ja, komm, dann gib mir dein Auto hier. Wenn auch unfreiwillig. Ah! Dammit! Ich bin wirklich krallend auf dem fucking Tränen dieses Morgen. Halleluja. Es ist so weak, using, cruising hier. Shit! Kann man ja auch mal machen. Boah, ist das schwammig, das Teil, du. Mann, oh Mann, oh Mann. Neuer Unterschlupf, jo, schön. Ähm, kenne ich eigentlich irgendwie noch. Sein Alter ist quasi weg jetzt, oder? Wie darf ich das sehen? Wie haben wir sich das jetzt so ergeben hat? Schon ein bisschen her, wo ich die Story früher mal gespielt habe, wo ich dann immer hier gespeichert habe und so. Dann behalten wir den doch auch gleich hier und stellen den uns schön in die Garage rein. Hm, direkt das einparken, ja, läuft auch im Spiel. Kein Problem, wir laufen immer noch mit der Bumme rum. Ups. Wir können ja nicht durch die Tür gehen. Oh Gott. Da waren Details gespart, ne? So, eigentlich irgendwo hier in der Bude konnte man speichern. Na, erst mal ein bisschen Health. Und der geht ganz langsam zu Hause. Wo konnte man denn hier speichern? Ja, ganz schick, die Bude, ne? Groß und schick, erzeuger und Plattenspieler. Oh. Ein bisschen aus wie immer ein Re-Loop. Geht noch einen Stock weg, oder? Quasi suchen wir ja das Schlafzimmer mit dem Bett, wo wir pennen können, ne? Das ist ja irgendwie immer Speicherpunkt, ne? Hm. Ja, das wäre doch eine Option hier. So, ab geht's. Erstmal lang machen. Ja. Da liegt auch nochmal Health Pack, ja? Okay. Tja. Dann sag ich mal bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Oder besser. Okay.